Drang nach Osten ist ein politisches Schlagwort aus der nationalistischen Diskussion des 19. Jahrhunderts. Seine genaue Herkunft ist unbekannt. Als erster schriftlicher Beleg wird häufig ein offener Brief des polnischen Publizisten Julian Klatschko an Georg Gerwinus aus dem Jahre 1849 genannt. Klatschko benutzte jedoch nicht die Formulierung Drang, sondern, in gleichem Sinne, Zug nach Osten. Der Begriff begann im Umfeld einer intellektuellen Auseinandersetzung, um die außenpolitische Zielrichtung deutscher Politik eine Rolle zu spielen. Im 20. Jahrhundert war er vor allem in der polnischen, sowjetischen und tschechoslowakischen Geschichtsschreibung zur Umschreibung des deutschen Expansions Drangs von Bedeutung. In der deutschen Bevölkerung blieb, im Gegensatz zu Institutionen wie dem Oldeutschen Verband oder dem Deutschen Ostmarkenverein, Das Schlagwort Drang nach Osten im Allgemeinen unbekannt. Geläufiger war als Kehrseite der Medaille die Vorstellung von der asiatischen, später bolschewistischen, Gefahr aus dem Osten. Geschichte des Begriffs vor dem Hintergrund deutscher Auswanderung Programmatische Gestalt nimmt der Begriff bei der Gründung des Oldeutschen Verbandes 1891 an, als es im Verbandsorgan gleich heißt. Der alte Drang nach dem Osten soll wiederbelebt werden. 1886 hatte einer der Oldeutschen Wortführer mit langer Wirkung, Paul D. Lagarde, propagiert, Wir brauchen Land vor unserer Tür im Bereich des Groschenportos. Will Russland nicht, so zwingt es uns zu einem Enteignungsverfahren, das heißt zum Kriege, zu dem wir so von Alters her jetzt nicht vollständig aufzuzählende Gründe auf Lager halten. Neunzehntel aller Deutschen lebt dann auf einer eigenen Hufe, wie seine Ahnen es taten, 1875 hatte für ihn festgestanden, dass das Hauptziel deutscher Politik die allmähliche Germanisierung Polens sein müsse. Der Schriftsteller Gustav Freitag hatte um die Jahrhundertmitte schon dazu aufgerufen, dass Deutsche in polnischem Gebiet siedeln sollten, wie sie es als Quater im amerikanischen Indien erlandtaten. Das geschah im Zusammenhang der europäischen imperialistischen Diskussion, an der sich vorläufig nur intellektuelle, nicht aber die Politik des erst 1871 gegründeten deutschen Nationalstaats beteiligten. Mangels imperialistischer Politik wurde die mittelalterliche deutsche Ostsiedlung, die ohne politische Vorgaben durch das Reich selbstläufig vonstatten gegangen war, zur Ostkolonisation aufgewertet und sollte jetzt imperialistisch wiederbelebt werden. Ziel war, den millionenstark gewordenen Auswandererstrom nach Amerika in die kontinentale Gegenrichtung, nämlich das angrenzende Osteuropa umzulenken und damit in deutscher Nachbarschaft zu halten und das Mutterland zur europäischen Großmacht auszuweiten. Das war bereits das vergebliche Bestreben des Amerika erfahrenen Nationalökonomen Friedrich List, der sich in preußischem Auftrag um deutsche Ansiedlung in den polnischen Grenzgebieten bemühen wollte. Denn es gab ja im Unterschied zu den westlichen Nachbarn noch nicht einmal einen eigenen Nationalstaat, der die Interessen hätte bündeln und vertreten können. Ein maßgeblicher Teil dieser Diskussion spielte sich dann im 1859 entstandenen und sich bis weit ins 20. Jahrhundert erstreckenden Sibylfica Streit ab. In seiner Folge wurde in der preußisch-nationalistischen Diskussion vor allem Heinrich I. als wichtigster Vorläufer grenznahe Ostkolonisation im mittelalterlichen Reich angesehen. Friedrich Ratzel gab 1898 mit seinem Lebensraumkonzept dieser geopolitischen Forderung Rückhalt, in dem er die Diskussion um kontinentale Grenzkolonisation als Alternative zur transatlantischen Kolonisation aufnahm. Damit die Auswandererströme in Europa blieben. Diese Argumentation sollte später als ideologische Grundlage für die gegen osteuropäische Völker gerichtete Eroberungs- und Völkermordpolitik der Nationalsozialisten dienen. Die auswanderungswillige deutsche Bevölkerung hatte jedoch an kontinentaler Grenzkolonisation, die h. an der Neuansiedlung in slavisch geprägten oder rein slavischen Gebieten im 19. Jahrhundert im Unterschied zur mittelalterlichen Ostsiedlung kaum Interesse. Auch die preußische nicht. Denn seitdem William Penn 1683 in Worms um Auswanderer für seine Kolonie Pensylvanien geworben hatte und er Entvölkerer Deutschlands genannt wurde, begann der große, ununterbrochene Exodus von Deutschland nach dem angelsächsischen Nordamerika. So musste die olddeutsche Forderung, den alten Drang nach dem Osten, wieder zu beleben, über Jahrzehnte leere Propaganda bleiben. Dafür wurden die Millionen, die weiterhin den Atlantik überquerten. Als Vaterlandsabtrünn nicht verachtet und des Amerika-Fiebers und der Auswanderungssucht bezichtigt, ohne dass man ihrer sozialen und politischen Not, die sie außer Landestrieb, Einhalt gebieten konnte. So verrät die in der Frankfurter Polskirche am 24. Juli 1848 vorgebrachte Äußerung des ostpreußischen Abgeordneten Karl Friedrich Wilhelm Jordan Zur Frage des als Staat aufgelösten und unter Preußen, Österreich und Russland aufgeteilten Polen lediglich ein auf Preußen beschränktes Engagement. Sie zielt nicht auf Ausweitung nach Osten, sondern einfach auf Besitzstandswahrung. Die Geringschätzung und Verachtung der slawischen Nachbarn ist dabei Programm. Unser Recht ist kein anderes Recht als das Recht der Stärkeren, das Recht der Eroberung. Ja, wir haben erobert, aber diese Eroberungen sind auf einem Wege, auf eine Weise geschehen, dass sie nicht mehr zurückgegeben werden können. Die Übermacht des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen Stämme, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des russischen, ist eine Wertsache, die sich jedem unbefangenen Beobachter aufdrängen muss. Und gegen solche naturhistorischen Wertsachen lässt sich mit einem Dekrit im Sinne der kosmopolitischen Gerechtigkeit schlecht allerdings nichts ausrichten. Der letzte Eck dieser Eroberung, die viel verschriene Teilung Polens, war nicht, wie man sie genannt hat, ein Völkermord, sondern weiter nichts als die Proklamation eines bereits erfolgten Todes. Nichts als die Bestattung einer längst in der Auflösung begriffenen Leiche, die nicht mehr geduldet werden durfte unter den Lebendigen. Damit kritisierte Jordan die Fürsprecher der Wiederherstellung eines unabhängigen polnischen Nationalstaates und deren Unterstützung des polnischen Freiheitskampfes. Jordan war sich dabei bewusst, dass die mittelalterliche Ausweitung nach Osten seit dem 10. Jahrhundert auf Kosten der Slaven gegangen war. Die slawischen Männer wurden in der Regel in den anfänglichen kriegerischen Auseinandersetzungen getötet. Frauen und Kinder über Jahrhunderte als wichtiges Wirtschaftsgut im Tausch für orientalische Waren von den westlichen Feudal- und Kriegsherren in Die arabische Sklaverei verkauft das Zentrum des mitteleuropäischen Sklavenhandels mit den orientalischen Ländern war laut Ibrahim Ibi in Jakub das Slawische Prag. Bei der im 12. Jahrhundert einsetzenden Ostsiedlung ging es in der Regel friedlicher zu. Zumal sie stellenweise auch auf östliche Anwerbung hin erfolgte und auf die Erschließung unbewohnter Gebiete zielte. Der mit ihr einhergehende Aufschwung zeigte sich vor allem in Landwirtschaft, Handel, Verkehr und Städtebau, so dass sich die Neuankömmlinge mehr und mehr in der Rolle westlicher Kulturbringer sann. Ihr Einfluss war groß und über weite Strecken erwünscht, führte aber zu einem Zurückdrängen der slawischen Bevölkerung und ihrer Interessen. Mit Blick auf die östliche Grenze des Ostfrankenreichs unter Heinrich I. im 10. Jahrhundert erklärte Jordan deshalb, wenn wir rücksichtslos gerecht sein wollten, dann müssten wir nicht bloß Posen herausgeben, sondern halt Deutschland. Deutsche Feindbilder vom Osten seit Turnvater Jahren. Hauptsächlicher Grund für das fehlende Schlagwort des vom deutschen Drang nach Osten in deutscher Wahrnehmung dürfte neben der Tatsache, dass der deutsche Osten eine vorwiegend preußisch besetzte Angelegenheit blieb und jenseits der preußischen Grenzen kaum ein Echo fand. Vor allem der Umstand seien, dass sogar in der Zeit des Nationalsozialismus der Begriff als fragwürdige Propagandalosung ausgegeben werden konnte. An die Stelle des Dränges nach Osten traten umgekehrt alttraumatige Vorstellungen von einem russischen Drang nach Westen, beziehungsweise einer Gefahr aus dem Osten, die ebenfalls in der Tradition des 19. Jahrhunderts standen und gekoppelt waren an die immer wieder dargestellten Einfälle asiatischer Völker seit Der Völkerwanderung nach Mitteleuropa, die Vorstellung einer kontinuierlichen Gefahr aus dem Osten beziehungsweise Aus Asien ergänzte seither spiegelbildlich die osteuropäische Wahrnehmung eines angeblich naturgegebenen deutschen Drangs nach Osten. Seit der Entdeckung des Nibelungenliedes im 18. Jahrhundert, das im 19. Jahrhundert zum Nationalepos der Deutschen aufgewertet wurde und in dem Attila Etzel eine Schlüsselrolle spielt, werden in der Folge von weit verbreiteten und vielfältigen Aufarbeitungen des Nibelungenstoffes immer wieder Schreckensvisionen einer drohenden Invasion aus Asien entworfen. Denen zu begegnen ist Heinrich I. In seiner Auseinandersetzung mit den Magierin als einem Teil der asischen Horden wird zum Beispiel für Friedrich Ludwig Jahn in seinem folgenreichen Buch vom Deutschen Volksamt zum vielgerühmten Staatsritter, dem er auf seiner Turner-Marke ein erstes nationales Denkmal setzte. Alle durch Jahrhunderte voneinander getrennten Invasionen der verschiedenen Völker aus dem asiatischen Raum, Hunnen, Awaren, Magierin, Mongolen und Projektiv der Kommunismus oder jüdische Bolschewismus werden schließlich unterschiedslos an die Hunnen gebunden. Aus deutscher Sicht konnte Heinrich Himmler, der am heftigsten nach Osten drängte, dem aber die Rede vom Drang nach Osten sowie auch Hitler trotz seiner Lebensraumvorstellungen im Osten fremd blieb. Auf diese Vorstellungen zurückgreifen, als er 1941 die SS für den Russland-Feldzug motivieren wollte. Wenn ihr, meine Männer, dort drüben im Osten kämpft, so führt ihr genau denselben Kampf, den vor vielen, vielen Jahrhunderten sich immer wiederholend unsere Väter und Ahnen gekämpft haben. Es ist derselbe Kampf gegen dasselbe Untermenschentum, dieselben Niederrassen, die einmal unter dem Namen der Hunnen, ein anderem Mal. Vor 1000 Jahren zur Zeit König Heinrichs und Ottossi unter dem Namen Magierin, ein andermal unter dem Namen der Tataren, wieder ein anderem Mal unter dem Namen Genghis Khan und Mongolen angetreten sind. Von welcher Dauer die Tradition der Vorstellung von der Bedrohung durch die asiatischen Horden in der deutschen Wahrnehmung war, zeigen noch die Wahlplakate westdeutscher Parteien 1949 und im Kalten Krieg 1953 und 1972, auf denen ein aus dem asiatischen Raum stammendes schlitzzeugiges Gesicht unter einer mit Hammer und Sichel versehenen Pelzmütze Europa bedroht. Die osteuropäische Diskussion Der polnische Journalist Julian Klatschko reagierte 1849 mit seiner Erwähnung des deutschen Zuges nach dem Osten auf die Polen-Diskussion in der Deutschen Nationalversammlung in der Polskirche von 1848. Später verbreitete sich der Begriff in Russland. Ausgehend von einem Leserbrief an die Moskauer Zeitung Moskowski-Jewedo-Musty im Jahre 1865, So etablierte sich der Begriff Drang nach Osten. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts in der nationalistischen Propaganda der pan-slawistischen Bewegung. Von hier aus fand das Schlagwort ab den 1870er und 1880er Jahren über polnische Immigranten, zu denen auch Julian Klacko gehörte. Eingang in die französische Presse sowie zunehmend in die Geschichtsschreibung. In Deutschland war der Begriff, trotz seiner Verwendung im Gründungsaufruf des Oldeutschen Verbandes, kaum bekannt. Das polnische und russische Konzept vom deutschen Drang nach Osten schließt historisch weit auseinanderliegende und unterschiedliche Vorgänge ein. Von der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung, die im Ostseeraum von der Ausbreitung der Hanse und den Eroberungen des deutschen Ordens begleitet war, über die Teilungen Polens und die Germanisierungspolitik in Preußen im 19. Jahrhundert bis hin zur Ausrottungspolitik des Nationalsozialismus in Osteuropa. Für diese Sichtweise waren Äußerungen wie die von Wilhelm dem Jordan, Bücher von Gustav Freitag und anderer Repräsentanten vorwiegend preußischer Ostinteressen mitverantwortlich. Aber eben auch die nicht zu übersehende Anwesenheit deutschsprachiger Einwohner in den osteuropäischen Gebieten seit dem Mittelalter. Während des Ersten Weltkriegs waren es zum Beispiel Thomas Gary Gümazarik und Roman Demowski, die vom deutschen Drang nach Osten sprachen, um bei den Westmächten für die Unabhängigkeit ihrer Länder zu streiten. Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion war es diese, welche das Schlagwort zunehmend in ihrer Propaganda verwendete. Bis heute ist es Teil der Geschichtsschreibung der osteuropäischen Länder, während es in deutschen Enzyklopädien nach wie vor völlig fehlt. In Deutschland hatte sich stattdessen der Romantitel von Hans Grimm »Volk ohne Raum« zum geflügelten Wort entwickelt und bündelte die Vorstellungen von Expansion besser, weil es den für Deutsche wenig attraktiv gebliebenen Osten unausgesprochen ließ. Denn auch die von Himmler im Rahmen des Generalplans Ost 1942 geplanten, aber erfolglos bleibenden Umvolkungs- und Besiedlungsmaßnahmen mussten mangels ausreichender Siedlungswilliger Deutscher und wegen örtlichen Widerstand schnell aufgegeben und in eine Zukunft nach einem angenommenen Sieg verschoben werden. So blieb einziges Resultat aller Expansionsbestrebungen der an die Siedlungsvorbereitungen gekoppelte Völkermord. Der polnische Deutschland-Publizist Edmund Osman Zyg häußerte sich 1948 zu dem, was er »prosifizierten« Hitlerismus nannte. Der Hitlerismus ist ein durch Hass auf die slawischen Nationen potenzierter deutscher Nationalismus. Seine Genealogie müsse man in der Geschichte der Beziehung in Deutschlands zu seinen slawischen Nachbarn suchen. Der Hitlerismus habe sich in der deutschen Nation während eines Jahrtausends herausgebildet. Der Drang nach Osten, durch die Mordtaten Mark Graf Geross unter den Elbslaven eingeleitet, sei der Beginn des Hitlerismus gewesen. Diese Heraushebung des Dränges nach Osten war bei Osman Zyg nicht mit einer monolithischen Sicht der deutschen Nation und ihrer Geschichte verbunden. Er betrachtete den Drang nach Osten weniger als einen Ausdruck der deutschen Seele, sondern betonte die unheilvolle Wirkung dieses als historisches Axiom gesehenen Motivs auf die Entwicklung der deutschen Nation. Dabei habe Preußen die zentrale Rolle gespielt. Die Oder-Neiße-Grenze wurde dann entsprechend gedeutet, nämlich als Kennzeichen der nach tausendjährigem Verlust wiedergewonnenen Gebiete. Wofür Roman Demowski als polnischer Politiker sein Leben lang gewirkt hatte und was dann im Ministerium für die wiedergewonnenen Gebiete im Oktober 1945 amtlich wurde. Sigmund Witschichowski übernahm am wirkungsvollsten und folgenreichsten die Sichtweise dem Mowskisch und vertrat sie bis 1955 in dem 1945 in Posen gegründeten und von ihm geleiteten Westinstitut. Indessen bleibt das Schlagwort in der slawischen Geschichtsschreibung erhalten. Wenn es in einem 1983 in Prag auf Deutsch erschienenen Buch mit dem Titel Die Welt der alten Slaven im Kapitel Die Tragödie des nordwestlichen Zweiges heißt. Deshalb kam es auch 919 zu einer großen historischen Wende, als der Sachsenherzog Heinrich der Vogler zum deutschen König gewählt wurde.